Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Einladung der Aspekte auf Vorderseite anzunehmen bei Ebisian in Orgrimav an dieser Position. Vor Quest war Ausflug auf festem Boden. Quest annehmen und auf dem Beta-Server wird hier kein Video abgespielt, sondern es wird direkt abgebrochen und dann ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. Normalerweise sollte die Quest abzugeben sein wieder bei Ebisian in Orgrimav an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Ihr wisst bestimmt auch schon wie. In den Kommentaren ist übrigens noch der Link zu meinem Twitch-Kanal zu finden. Vielleicht wollt ihr mich da besuchen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!